damit ein herzliches willkommen zu einer neuen folge ja zu 7 days wir machen weiter essen und normales rein was so essbar ist und trinkbar ist meistens ja auch lebensmittel guck mal ich nicht rein okay Das war's. So, dann gehen wir mal zum Einsatzort. So, dann gehen wir mal mit Haufenweißem Messing. So. So, ich glaube schon mal habt. Ähm, ja. Es kam ein Update raus. Mit knapp fast 10 GB. Und was sich so erinnert hat, das weiß ich nicht so. Sie haben irgendwas reingetan. Neue Pyreis, glaube ich. Oh, okay. Das war's. Das war ja schon fast voll. Das war's. Das war's. Das war auf einmal so extrem. Das war's. 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 aber was haben wir hier bergbaum ja doch schaden oder nachtsicht mit medizin und da krieg ich mir rum ja das haus muss man brief hast du da an ein paar fallen auto licht mit Heel. Hm. Machen wir das hier Rüstung. Rüstung und. Heel. Wie. Das hier. Mach ich hier Mods und. Ja. Wie. Das war's. Ich muss mal was versaufen. Ich muss mal noch heim machen. Ich glaube, ich habe einen Salud und Matze loatet. So. Oh... Untertitelung des ZDF, 2020 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 noch was kaputt weil ich ja draußen noch ein paar dachen hier gleich 20 natürlich zwei schmieden braucht man beispielsweise eine frau die stein aber ich mache das alles mit einmal sieht man gar nicht was da drinnen ist so ich mache einen cut erstmal bis das tag wird jetzt nicht ob der lagen schon offen hat oder nicht zwei pettinas also okay die heißen pfeile droppen jetzt auch zweimal rüstung einmal bier und ein bisschen money eine kleine worte gewesen games durch 24 Das war's für heute. Wir haben uns einen wirklichen Lebensverteid. Und jetzt will er, um zu bezahlen zu werden. Romato gerade noch Stufe 1 aufhören. So, hast du... Ach, hast du ein Zimtan. Hat noch Stufe 1. Wo war's noch Stufe 1, mein Freund? Haben die das jetzt geändert? Gucken wir erstmal hier rein. Für 500 XP, für sammeln Pflastersteine. Und fahrt hier eine Facke an. Und das war's. Ich warte kurz mal re-loggen und bis gleich. So. Alles und eine lockt und bin hier draußen. Das ist nämlich so ein kleiner Trick. Um die Questen, ähm... Zu resetten. Von den Endlern. Ja. Ja. Wenn das jetzt wirklich so macht, ne? Das ist natürlich... natürlich... Es. Machen wir auch vergrabene Vorräte. Dann mach ich das halt so. Weil die das jetzt erinnert haben. Um höhere Questen zu bekommen. Äh... Ich brauche ich dann irgendwie um Moppet schnell. Ich brauche erstmal mit dem Fahrrad los. Ich brauche erstmal was zu essen und trinken rein. Dann machen wir noch den Mecheneur. Dann machen wir noch den Mecheneur. Dann machen wir noch ein bisschen... Stopp! Dann machen wir noch das am Pfeil. Dann machen wir noch einen Autofen. Und wir machen das so ein bisschen. wir haben uns anscheinend verändert jetzt so dass man nicht mehr zu der händler vermissen und dann zu deiner hauptbasis und so gesagt hin jetzt und dann da die drei oder zwei questen machen willst sondern du musst jetzt zu den anderen händler um bessere questen zu bekommen so so Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, die Damen 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 Ah, die Damen